Es wird ja die Bildung hier gerade abgeschafft, wie Sie sich ja gemerkt haben. Alle müssen dieselbe Bildung wie Sizilien haben. Nichts gegen Sizilien, ich liebe Sizilien, aber die Bildung war dort früher nicht die beste und jetzt muss sie überall die gleiche sein wie dort. Naja, egal, Entschuldigung. Wenn Sie Kinder haben, wissen Sie auch, dass man hier gerade Europa nivelliert auf Kosten der Zukunft der deutschen Jugend. Nun ja, ist egal. Aber merkwürdigerweise, die jungen Leute glauben das nicht, die wissen das nicht. Es gibt niemand in der Öffentlichkeit, der für die jungen Leute Stellung nehmen würde und sagen würde, wir dürfen die Universitäten nicht demolieren. Wozu eigentlich? Europa ist was Wunderschönes, aber es ist stärker, wenn die wissenschaftliche Kompetenz von Mitteleuropa erhalten bleibt. Sie braucht nicht geopfert zu werden, nur weil man Europa haben möchte. Sie wird aber freiwillig geopfert von allen Politikern. Das ist ein Geheimvertrag offensichtlich. Das darf niemand wissen. Naja, Entschuldigung, Sie sehen, ich bin fähig zu Verschwörungstheorien.